Melvin, erzähl mal was den Zuschauern. Warum bist du an allem schuld? Weil ich Melvin heiße und Pfarrer bin. Und bescheuert bin. Ne, ich bin Pfarrer. Elender Drachenbund. Okay. So. Oh, ich krieg XP-Flaschen? Ne. Loy, 42 Millionen EP. Willkommen. Elender Drachenbund. Ich muss jetzt das erste Mal da hoch. Flüchtlingshilfe. Ich muss die Quests noch machen. Guck mal, Tyrox Spin Level 54. Da kommst du auch noch hin. Da kommst du auch noch hin. Irgendwann. Hier gibt's halt Tiere, die heißen Hornspackler. Und die sehen total dämlich aus. Ey, und... Ey, was greift mich jetzt an? So eine verkalkte Blume. Solange es nicht so ein Baum ist. Tyrox kennt sich aus mit den Bäumen hier. Da wurde es still. Ja. Ja. Sehr still. So, ähm, Holzbretter, was? Warum soll ich Holzbretter sammeln? Vernichtet die Fluchbaum. Och ne, jetzt muss ich gegen Tyrog seine Freunde kämpfen, um Holzbretter zu sammeln. Ernsthaft? Das ist doch dumm. Es geht doch auf einfache. Ja, eigentlich schon. Aber die wollen halt, dass ich kämpfe. Also mit einem Feuerschwert könnte man die ganz leicht down kriegen. Was man nicht hat. Oder mit einer Axt halt. Ein Holzbrett und noch sechs, äh, fünf weitere sammeln. Da unten leuchtet eine Blume. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ernsthaft? Ich krieg pro Baum ein verkacktes Holzbrett raus. Das ist doch sinnlos. Melvin, das ist alles deine Schuld. Warum denn nur, weil ich jetzt hier bin, oder was? Ja, das ist das falsche Ziel. Und die Folge hat heißen, wir mobben Melvin. Voll gut, heißen alles Melvin schon. Oder, oder, äh, ich nenne die Folge zwei von drei finden Mobbing klasse. Und das ist ja auch mit einem Film des Films. Ja, das ist ja auch mit einem Film des Films. Ja, das ist ja auch mit einem Film. erzählt werden darf. Ja, es wird halt nur ein bisschen, ich glaube das mal. Musst du wissen, wir können es auch außerhalb der Aufnahme, Daniel. Ja, ist noch besser. Nicht, dass dann auch irgendjemand unter den Videos hier sich über irgendjemand lustig gemacht wird oder so. Ich will kein kleines Paco essen. Bei mich wird sich doch schon gerade lustig gemacht. Alles drauf schon, ey. Stimmt. Ja, stimmt doch auch. Diesen Discord kann man nur lieben. Ja, ich hab die sechs Holzbretter. So, Gaukler. Jetzt wirst du Level Up dafür haben. Warum bin ich... Nein. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Erledige den Vier-Ring. Äh, wo ist denn der schon wieder? Hä? 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 Hä, was wollen die denn jetzt von mir? Dorte. Also eigentlich sind die Aufgaben hier unter meiner Würde. Das ist alles Level 46er Scheiß. Er muss ja, ne? Naja, trotzdem. Jetzt muss ich so einen Riesenbaum umklatschen. Wo mich auch noch so eine dämischen Melvins angreifen. Ja, hast du kaputt. Ja, ich drehe dir den Hals um. Sag der Richtige. Melvin. Was? Was, da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sag der Richtige. Melvin ist da schuld, aber ich glaube, die war. So, jetzt wird der Melvin hier getötet. Was war eine Ehre. Oh, der ist ja nur Level 46. Das ist ja, ja, no. Was hat da eine Ehre von dir umgebracht? Ja. Und was gibst du mir? Scheiße. Wasserblaues Elementarsteinfragment. Oh, das wird nicht scheiße. Ne, scheiße. Oh, das ist ja eine verkackte Blume. Oh, nee. Oh, nee. Wo muss denn das jetzt? Wo muss denn das hin? Ne, nee, warte mal. Ach, das muss jetzt auf einmal da hin. Okay. Der Gäste von dir. Ah, jetzt. Äh, du bist bei den Pilzen noch, oder? Weiß ich nicht. Doch, die Fungis waren doch die Pilze. Die vergiften. Das komische Riesenfungi haben wir doch Melvin getauft. Ja, Melvin verteidigt. Tja, Melvin, das ist nicht dein Spiel. Nee. Ah, jetzt muss ich 43 Sekunden warten. G, G, Alde. Was, schon wieder down? Nee. Nee. Ich komme gleich wieder in deine Ecke. Ich habe hier die Quests gleich abgeschlossen. Hoffe ich mal. Hoffen wir es besser als wissen. Ach, Melvin. Melvin, Melvin, Melvin. Ja, vor allem, oh, du behältst dich, du, äh, vor allem, deine Ehembilder halten sich in der Nähe eines Flüchtlingsdorfes auf. Oh. Hast du uns irgendwas zu sagen? Ist doch so ein kleiner Araber. Das ist eine Geschichte für später. Ah, okay. Ja, ja. Also, 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 doch nicht so, 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 falsch. Sind wir in Sicherheit? Och, nee. Ja, ich habe zwei verdammte goldene Quests jetzt. Leck mir die Füße. Und die sind alle beide da unten in der Ecke. Da steht ein Tyrox. Leu, was hat denn der an? Ach, der ist ein Clown. Was? Tyrox, hast du einen gewissen Trank geschluckt? Oh, der ist auf K. Der steht halt als Clown da. Oh, der ist auf. Ach, der ist auf. Ach, die Lohnbrau. Oh, geil. Oh, Gott. Was wollt ihr? Arjon beschütze euch. Wünschte etwas von mir? Ja. Laut unserer Informationen führt die Silentera-Schlucht direkt nach Ingisar. Um sie durchqueren zu können, müssen wir den Eindang suchen. Wenn uns das gelingt, haben wir einen guten Ausgangspunkt für den Angriff auf Ingisar. Ja, gut. Oh, Mann. Der steht hier als... Das ist die zweite Folge, die ich jetzt aufnehme. Das heißt, morgen ist Sonntag. Dienstag müsste die kommen. Da siehst du den hier eiskalt als Clown stehen. Ich freu mich schon. Die Folge wird auch heis ein Tyrox, der Clown. Aber ich glaube, ich muss die Kacke auch noch machen. Vor allem, wie der immer noch zwei Level unter mir ist. Ich frag mich echt, wie das geht. Das ist alles nur noch ein reiner Witz hier. Wo ist... Ach, das sind die blauen Quester. Dann tippen wir uns dort hin. Ach, Melvin, warum spielst du das Spiel nicht auch? Weil, ich weiß nicht. Es ist... Ich weiß nicht. Ich hätte zum Anfang lieber dich dabei gehabt, als andere Personen. Dann hättet ihr mich vorher daher bestellt. Ja, okay. Wir wussten auch nie, dass das so lange geht. Ich weiß gar nicht, wie viel die Aufnahme das jetzt schon mittlerweile ist. Ich auch nicht. Aber das geht schon eine Weile. Ja, und das geht noch weiter. Das spiel ich auf jeden Fall durch. Ja, dann einmal hinsetzen. Ach, nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.